Sich in Bällen verstecken, in Bällen baden und richtig ausgelassen toben. Jason macht das alles auf bzw. im Hasefelder Kids Planet. Bei seinem Bad in den Bällen ist er zwar gerade allein, aber daran wird sich schon bald etwas ändern. Spielen, meinen Geburtstag feiern und klettern. Zum Klettern gibt es in der Außerirdischen Halle verschiedene Möglichkeiten. Geburtstagsastronauten und ihre Gäste sind stets willkommen. Zum Geburtstag kann man sich auch hier anmelden. Das sind dann Geburtstagsangebote. Dort wird ein Tisch für Sie reserviert und auch dann dekoriert, eingedeckt. Sie können dann zwischen verschiedenen Menüs wählen und haben dann letztendlich das ganze Kids Planet, wo sie sich dann austoben können. Sie dürfen Kart fahren, das beinhaltet dieses Geburtstagsangebot und alles Arbeit darin nutzen. Mit seinen neun Jahren kann Jason schon ziemlich schnell auf den großen Vulkan klettern. Vom Krater wieder auf die Erde und schnell noch einmal hochgeklettert und einen anderen Weg hinab. Wir sind mit unseren Kindern hier und heute gab es Zeugnisse und deswegen haben wir die Kinder eingeladen hier zu spielen. Glaubst du, die Kinder haben Spaß? Nein, wir haben auch Spaß. Alles gut. Also ich bin natürlich mit meinen Kindern hier. Die sind sechs und sieben mittlerweile. Ja, mein Sohn spielt da hinten gerne Fußball und meine Tochter springt Trampolin und ja, es ist ein netter Freizeitvertreib. Wir gehen gerne ins Kids Planet, weil da ist alles unter Dach und Fach. Die Kinder können spielen, werden nicht schmutzig. Man muss nicht so großartig gucken und mit dem Menü ist alles dabei und ja, haufenweise glückliche, entspannte Kinder. Die Astronauten, die noch nicht genug haben, erklimmen den Leuchtturm. In Rot und Weiß strahlt er für die kleinen Besucher. Auch Jason ist unter ihnen. Von ganz oben springt er hinab auf einen grünen, sonderbaren Teppich, der ihn weich landen lässt. Spezielle Attraktionen haben wir zum Beispiel den letztes Jahr entstandenen Hochseilgarten, wie wir hier im Hintergrund sehen, den Vulkan, an dem man außen hochklettern kann und entsprechend wieder runterrutschen, so wie die Kinder das gerade tun. Dann haben wir ein Soccerfeld. Das macht es auch für Erwachsene interessant, für die Eltern. Wir haben Tischkicker, Tischtennisplatten. Also letztendlich alles, was das Herz begehrt, wo man wieder Kind werden kann und wo die Kinder sich austoben können. Hoch über den Köpfen in einer höheren Sphäre geht es artistisch zu. Balancieren und vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen. Von einer Planke zur nächsten und wieder heile auf einer Plattform ankommen. Weiter zur nächsten Station mit einem Gurt zur Sicherung. Nun auf Rädern unterwegs, fährt Jason zur nächsten Spaßstation. Für alle künftigen Astronauten, das Kids Planet öffnet werktags von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende an Feiertagen und in den Ferien bereits ab 10 Uhr. Informationen finden Sie unter www.sportpark-nottensdorf.com